Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vor wenigen Tagen standen wir in Jerusalem und lasen den Psalm 122. Und er steht unter anderem Wie sehr habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, Komm mit, wir gehen zum Tempel, zum Haus des Herrn. Nun sind wir am Ziel. Wir haben die Stadttore durchschritten und stehen in Jerusalem. Es ist einfach großartig, dort zu stehen und für diese Stadt zu beten. Ja, es ist wirklich großartig, das immer wieder zu erleben und immer wieder neu. Und wir wollen dir auch Neues sagen und dir Hoffnung machen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen mit dieser Sendung. Heute der letzte Teil zum Thema Setze ein Zeichen, der Teil 4. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet-admissionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Setze ein Zeichen, Teil 4. Nochmal zusammenfassend ein Zeichen setzen ist, vorwärts zu gehen, den ersten Schritt zu machen, in der unsichtbaren Welt wirklich ein Zeichen zu setzen, wie auch in der sichtbaren Welt. Wir finden da so viele Beispiele und mach den ersten Schritt, wenn du sagst, ich brauche das, ich bin in dieser Situation und mach du den ersten Schritt und sei nicht bequem und sag, Herr, du machst alles richtig, ich vertraue dir von ganzem Herzen und oftmals tut sich nichts und der Herr wartet, bis du sagst, ja, ich gehe und der Herr sagt, okay, wenn du gehst, ich gehe mit dir, ich zeige dir den Weg. Ich möchte euch heute ein paar Beispiele nennen, wie du auch den ersten Schritt machen kannst. Menschen haben wir erlebt, die Befreiung brauchten, ganz besonders in der Gebetsnacht, haben wir aufgefordert, Zigaretten wegzuwerfen, Feuerzeuge wegzuwerfen und mach den ersten Schritt. Ja, aber das hat doch Geld gekostet, ja, hat mir mal jemand gesagt, kann man die Zigaretten nicht den Armen geben? Ich sage dir, kümmere dich nicht um die Dinge, sondern, also um die Armen schon, aber jetzt nicht, wo deine Sachen, die du wegwirfst, noch verwendet werden. Ersten Schritt zu machen, wirf das weg, wenn du suchtkrank bist, wirf das weg und sag, ich wirf das weg, ich will das Zeug nicht mehr. Herr, hilf du mir, dass ich die Sucht nicht mehr verfolgen muss oder nachfolgen muss. Das Feuerzeug wegwerfen, ja, gestohlenes, zurückgeben. Oh Herr, vergib mir, ich habe es doch so, ich habe es doch gar nicht gern getan und es tut mir so leid und so weiter. Mach wirklich ein Zeichen und sage, ich nimm das Zeug und bring es zurück und bring noch einen Blumenstrauß dazu und sage, Entschuldigung. Menschen vergeben, das ist auch ein Zeichensetzen und das ist oftmals das schwerste Zeichen. Jemand vergeben, denen, die vielleicht auch dir Böses getan haben, das ist ein Zeichensetzen. Da kommt nicht Gott vom Himmel runter und sagt, ich gehe dorthin, ich habe eh allen vergeben und habe die Vergebung möglich, ich mache das schon. Oh Herr, Herr, mach doch. Nein, vergeben müssen wir. Das ist ein Zeichensetzen. Oder wie der David da war mit dem Goliath. Alles hatte Angst, das ganze Heer hatte Angst und David hat gesagt, mein Gott ist mit mir. Wenn du meinen Gott lästest, ich komme im Namen Gottes. Und er hatte da auch Erfolg. Das sind Zeichensetzen. Und da könnte ich jetzt noch eine ganze Stunde reden. Setze ein Zeichen und du wirst Freude haben. Gott ist mit dir und es geht vorwärts mit dir. Danke, Herr. Herr, dass wir Mut haben, Zeichen zu setzen. Auch wenn wir aus Tradition raus oder gewohnt sind in irgendeiner Sucht, in irgendeiner Situation, wo wir sagen, ach ja, das halte ich noch aus. Danke, dass wir ein Zeichen setzen, vorwärts zu gehen. Raus aus der Not, raus aus der Sucht, raus aus der Gefangenschaft. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Menschen bitten um Gebet und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Bitte betet für meine Freundin, die ihre starken Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, die sie seit Monaten hat, nicht mehr erträgt und nur noch weint. Jesus, ich danke dir, dass du diese Verzweiflung siehst und dass du diese Frau kennst, die so starke Schmerzen hat in der Lendenwirbelsäule. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch ihre Wirbelsäule fließt. Danke, Jesus, dass dieser Schmerz gestoppt ist im Namen Jesus. Ich danke dir, dass er entmachtet ist durch dein Blut. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über ihrem Leib und über ihrem Leben. Und ich danke dir, dass du eine Lösung hast und dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der heilt und Wunder tut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine verzweifelte Frau bittet um Gebet. Sie schreibt, meine Situation ist hoffnungslos. Ich bin verzweifelt und habe Angst. Meine MS hat sich in den letzten Jahren so sehr verschlechtert. Ich habe kein Gefühl mehr in den Beinen und Händen, kann meine Arbeit im Büro nicht mehr ausführen, lebe alleine in einem alten Haus ohne Heizung, nur Holzöfen. Ich komme alleine nicht mehr zurecht. Ich lebe seit 21 Jahren mit Jesus und er hat mich nie im Stich gelassen. Ich bitte um Gebet, dass Jesus eingreift und mir Heilung für Körper, Geist und Seele schenkt. Jesus, du siehst diese Frau und ich danke dir, dass du bisher mit ihr warst. Und wie sie auch sagt, du hast sie noch nie im Stich gelassen und das wirst du auch jetzt nicht tun. Und ich danke dir, Jesus, dass du eine Lösung hast für ihre Situation, dass sie eine Hilfe bekommt, dass sie wieder zurechtkommt in diesem Haus und mit den ganzen Belastungen, die sie um sich herum hat. Aber ganz besonders, dass du sie berührst an ihrem Leib. Danke, Jesus, dass diese MS auch mit am Kreuz getragen ist, getragen wurde. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Blut sie reinwäscht, rein von dieser MS. Danke, Jesus, dass du ein Wunder tust an ihrem Leib. Und dass alle Nerven und Muskeln und Sehnen und Gelenke und alles wieder funktioniert. Und dass wieder Herstellung kommt in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Wir vertrauen dir für diese Frau, dass du sie berührst und dass du sie heilst. Und dass du wunderbar mit ihr bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ein Mann schreibt uns sein Anliegen. Liebes Gebetsteam, bitte betet für mich. Vor circa vier Wochen hatte ich einen Zusammenbruch und habe mir durch einen Sturz einen Wirbelbruch zugezogen. Bitte betet, dass der Herr diesen Bruch vollkommen heilt. Zudem habe ich starke Unruhe. Freue mich sehr, wenn ihr für mich betet. Danke, Herr, dass du diesem Mann begegnest. Herr, danke, Herr. Herr, dass die Unruhe wirklich verschwindet, dass dein Friede einkehrt. Ich danke dir dafür. Komme du, Herr, mit deinem Frieden in diesen Körper, in diesen Menschen, in Geist, Seele und Leib hinein. Ich danke dir dafür und danke, Herr, dass auch dieser Wirbelbruch heilt, dass keine Schäden zurückbleiben, kein Leiden zurückbleibt. Ich danke dir dafür, Herr, dass wieder komplette Kraft auch in diesem Wirbel wieder hineinkommt. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Großmutter bittet um Gebet für ihre Enkelin. Betet bitte für meine Enkelin. Sie ist fünf Jahre alt. Sie hat sich heute den Arm gebrochen, wurde operiert, ist ein komplizierter Bruch. Zweieinhalb Stunden dauerte die OP. Bitte betet für sie, dass alles gut wird. Vielen Dank. Ja, ich kann so richtig verspüren, Großeltern und Enkel, das tut so richtig weh, wenn den Enkeln was passiert oder wenn da Not ist, dann beten wir jetzt auch. Ich danke dir, Herr, Herr, danke, dass auch Herr diesem Kind, Herr, wirklich Gnade walten lässt, Herr, dass das alles wieder so richtig gut verheilt, Herr, dass dem ganzen Leben nichts, irgendwas zurückbleibt, wo Schmerz oder irgendwo, wo Wetterfühligkeit ist in einem Bruch drin. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, danke, Herr, für komplette Heilung, dass es schnell geht und dass dieses Kind wieder fröhlich leben kann. Amen. Amen. Gott erhört Gebet. Ein Ehepaar hat wunderbar Heilung erlebt. Bei der letzten Online-Heilungstagen haben mein Mann und ich um Heilung gebeten. Mein Mann hatte eine sehr schmerzhafte und fieberhafte Darmentzündung. Er musste mehrere Tage ins Krankenhaus. Bei einer Darmspiegelung Anfang Juli wurde festgestellt, dass der Darm wieder völlig gesund ist. Und für mich hatte ich um Gebet wegen seit fünf Jahren immer wiederkehrenden schmerzhafte Blasenentzündungen. Auch hier hat der Herr mächtig eingegriffen. Seit der Gebetsnacht habe ich keine Blasenentzündung mehr bekommen. Dafür lobe und preise ich den Herrn. Wie schön. Der Goliath schrumpfte, schreibt eine Frau. Ich bat euch um Gebet, weil ich ein sehr schwieriges Gespräch vor mir hatte. Ich fühlte mich wie ein kleiner David vor dem Riesengoliath. Ein Tag vor dem Gespräch fand ich innere Ruhe und Goliath schrumpfte. Es wurde ein gutes Gespräch, bei dem ich auch mutig meine Bedenken äußern konnte. Danke für euer Gebet. Jesus sei Ehre. Ja, auch da können wir Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Und wie sie auch so schön sagt, die Goliaths schrumpfen. Und kurz und bündig schreibt eine Frau. Ich bat um Gebetsunterstützung, da ich Blut im Urin hatte. Nun ist es weg. Herzlichen Dank für ihr Gebet. Und Gott hat immer eine Lösung. Eine Person schreibt, vielen lieben Dank, dass ihr für mich gebetet habt. Die Nachbarin, mit der wir Schwierigkeit hatten, ist ausgezogen. Auch da hat Gott immer wieder eine Lösung. Ja, so manchmal kann man schmunzeln, wie Gott Lösungen hat, auf die man gar nicht kommt, die man gar nicht für möglich hält. Aber Gott hat wirklich, wirklich auch Humor. Und das ist wunderbar. Darum ist wichtig, dass wir auch für Lösungen beten. Wir schreiben gerne Gott vor, wie er es zu tun hat und geben ihm die ganze Bedienungsanleitung. Und Gott sagt, nee, ich mache es total anders. Hat er es auch bei dir wunderbar gemacht? Melde dich. Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, setze ein Zeichen. Ich sage dir, jetzt hast du so viel gehört über Zeichensetzen. Überleg dir, was dein Zeichen ist, das du als nächstes setzen möchtest. Gott wird mit dir sein. Lass dir es von Gott bestätigen, dass es das ist und setze dann ein Zeichen. Gott wird es nicht für dich tun. Wenn du das Zeichen setzt, er wird mit dir sein und dann geht es vorwärts. Ja, und auch du kannst Gottes Hilfe erfahren. Und dafür wollen wir auch gerne beten. Wenn du Hilfe brauchst, schick uns dein Anliegen. Auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir sind wieder zurück von Israel. Und ich möchte dich einladen, nächsten Sonntag wieder mit online im Gottesdienst zu sein. 10 Uhr auf YouTube oder im Stream. Wir werden dort auch einiges von der Israel-Reise sagen. Sei einfach mit dabei. Und wir freuen uns, bis wir dich wieder sehen oder hören. Der Herr segne dich. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.